Hallo Leute, willkommen zum ersten Kampf im Brawl-Tourneer vom Let's Play Forum mit mir, GenKirbyGegen. Matthew. Matthew, genau. So, ich habe einen Raum aufgemacht, du musst einfach nur noch joinen. Hast du schon gewählt Kampfbeitreten? Ja, ich warte nur noch, dass er eindult. Und kontrolliere vorher noch bei deinen Einstellungen, dass die Items alle deaktiviert sind. Und zwar auf keine und auf komplett aus. Hast du schon einen Wunsch für eine Stage? So, warte, jetzt müssen wir gucken. Nee, bei mir ist alles aus. Zumindest steht überall aus, aber bei allen steht ein. Nee, bei alles musst du auf keine stellen. Nee, oben habe ich ja auf keine. Okay, also ich habe eine Stage gewählt, du kannst jetzt auch eine der Zugelassenen wählen und dann werden wir sehen, welche dran kommt von den Stages. Ähm, jetzt musst du erst mal gucken, welche waren denn nochmal erlaubt. Also ich habe jetzt Mario Sunshine einfach mal Just for Fun gewählt. Du kannst die zum Beispiel auch wählen oder Luigi's Mansion. Oder halt so alles, was neutral ist, außer, ähm, Schlachtfeld und, ähm, letzte Station. Wo ist denn Mario Sunshine? Fragen wir mal so. Äh, das dritte von links in der obersten Reihe. Das dritte von links. Ach, das Pizza-Delfin. Die Pizza-Delfin, genau. Ich glaube, da war ich gerade noch so drauf. Hopp. So, dann wollen wir mal sehen, wie du dich schlägst. Schnell, los geht's. Na, ich komme nicht mehr runter. Tschüss, ja. Hey, ich bin ein alter Mann. Ich bin auch alt. Naja, aber... Gennendorf? Okay, der ist schon ein bisschen älter, stimmt. Ich meine so oft, wie er gestorben ist. Oh mein Gott, wie newig ich mich anstelle. Nein! Oh mein Gott. Du wirst das noch gewinnen, wenn ich nicht aufhasse. Nee, nee, ich glaube nicht. Wie, der ist doch knapp. Ich habe Angst vor dir. Vor mir! Ja. Ich prügel dich jetzt erstmal durch den ganzen Ring. Was ich bei Wolfnet mag, ist die Verzögerung in seinen Attacken. Wegen den Krallen. Nein! Ja! Ja! Ich bin Rick James, bitch. Was du Glück? Komm, ich muss dich da jetzt auch mal rausbekommen. Nein! Bis doch. Nein! Nein! Ey! Der kommt mit mir an die Wand, das gibt's überhaupt nicht. Oh, ich muss aufpassen mit der seitlich-B-Technik. Insbesondere über dieser Stage hier könnte das als Scan-In-Side durchgehen und dann wäre ich disqualifiziert. Das wäre dir nur zu... recht gekommen, ne? Nö, ich mach das überhaupt hier. Ja. Sonst geht das... Nein! Verdammt! Muss schon! Ich glaube, ich bin ein paar Kniebeugen. Hahaha! Da! Nein! 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 Weiß ich von vielen meiner Abonnenten, dass die das mögen bei mir. Hier! Nein, geh weg! In your face! Oh, no, 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 no! Sparta-Kick kommt gleich noch. Hey! Also, ich muss noch ein bisschen üben, wenn ich weiterkommen will. Also, ich mein, wenn ich weiterkommen sollte, muss ich ein bisschen üben, weil mit dieser Leistung... Na! Oh, ich hasse diesen Vulkan-Kick. Geh weg! Bleib unten! Geh doch mal in die andere Richtung, ja jetzt! Oh, ich hasse den Sinnfall! Ich hasse den Sinnfall! Ja, ich glaube nicht mehr, dass ich jetzt noch was reiße mit dem Bisschen. Danke, ja! Tja! Aber ich war der erste Kampf! Ich hab's gerade so geschafft, dich zumindest auf einen dem Runter zu bekommen. Okay, tja! Damit bin ich eine Runde weiter. Okay, aber vielleicht hast du beim nächsten Mal mehr Chancen. Bei den nächsten Turnieren, die du machst, ja. Ja, okay. Okay, bis dann, Leute! Bis dann, ja.